Ich versuche mich kurz zu halten. Also, vor sieben Jahren musste ich eine Entscheidung treffen. Wo gehe ich hier nicht? Da stand eine Laie zur Debatte. Ich habe gedacht, okay, Fortuna in der Vergangenheit immer gerne hier gespielt. Versuch sie mal. Ich habe hier gerne getroffen. Und jetzt habe ich gedacht, ich zieh die Farben mal an. Dass das so geil wurde, so gut gepasst hat. Freut mich. Dank euch!